Erlaubnis gegeben? Zu töten? Tom, was geht dir vor? Magst du mir das bitte erklären? Gut, die haben ja alles umgebaut. Die haben wirklich alles drangesetzt, dass Tom sie nicht mehr finden kann. Skurrile Geschichten da über Selbstverstümmelung? Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ob Tom sich jetzt vielleicht erklärt. Sehr cooles Spiel. Sehr cool. Die Crew hat die Kommunikation mit dem Satelliten gebrochen. Ich habe die Grundlage des Problems gefunden. Sie haben das Kommunikation-Array sabotiert. Können wir es fixieren? Nicht von hier. Wir sollten weitergehen. Freund, den Magneten. Oder auch nicht. Warte, aber wie... Ach ja, ne, ich kann es ja abpflücken. Okay, alles klar. Obwohl, ne, das ist zu hoch zum Abpflücken. So, wenn ich jetzt... So, wenn ich jetzt... Wie unterbreche ich das? Ich muss zusehen, dass ich irgendwie... Hierfür brauche ich einen Stromblock. So. Wie unterbreche ich diese Verbindung da? Ich nehme den einfach ab. Es geht nämlich doch... So, jetzt haben wir schon mal die Brücke am Laufen. Und wenn ich jetzt... Ah, ins Licht geguckt. Ah, okay. Die Brücke ist sofort aus. Die Brücke ist sofort aus. Irgendwas muss ich noch verändern. Dass die Tür sich öffnet. Ich muss irgendwie den Strombkreislauf verändern. Das war zu kurz. Hier ist nix mehr. Hier ist auch nix mehr. Da kann ich nichts rausnehmen. Ne, hier ist nirgends so was. Irgendwas habe ich übersehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Warte. Ich muss... Das schließen. Lass das da. Ich kann da mit dem Magneten nichts machen. Ich kann da mit dem Hammer ran dem. Wenn ich nicht mathes, Ich kann das an denen mal ausprobieren. Also, ich bin ja beim Heiter. Ich bin auch nicht ... 第 20章. Die Nachricht hat mich selbst. Manche die F ruinung abandot habe. Ich kann da mit dem Meetung nicht. Ich kann da mit einem Benutольшいきます. Manche die Tohem 100tm hatte Fonten nicht nur 好 gehabt. Es finden was sich nicht mehr boiler und alles ist da. Wo packe ich jetzt den Strom hin? Ich muss ja den Stromkreislauf irgendwie unterbrechen. Ender. 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 Die Idee war nicht schlecht, ne? Aber es ging zu schnell. Ach, jetzt kriege ich das nicht mehr hoch. Ach, ja. Hm, okay. Okay, wie unterbreche ich den Stromkreislauf? Wie unterbreche ich den Stromkreislauf? Eine gute Frage, eine gute Frage. Ich wäre bereit für eine nächste Frage. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, die Idee mit dem Unterbrecher war schon gar nicht mal schlecht, aber... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man kann es ja mal probieren Kostet ja nichts Gar nicht so schlecht die Idee Gar nicht so schlecht So, jetzt haben wir es Ja, ich denke zu Anfang immer ein bisschen Kompliziert, aber es ist dann so einfach Sprach er und verkackte im nächsten Level Fürchterlich Oh, sie haben ein Problem mit Autorität Aha So, so, lieber Tom Was ist das für ein System? Oh, sie haben Was ist das für ein System? Okay, gut Ich musste nur die zwei austauschen Puh, das war jetzt aber wirklich Idiotenglück Ah, okay Ah, das scheint wieder ein bisschen komplizierter zu sein Ja, warte mal Die sind doch eigentlich vom Genau, so, dann habe ich die hier auf einer Ebene Dann komme ich da zu dem Der bringt mich zu dem Und der bringt mich zu dem Aber diese Plattform Muss ich mit einem Schuss starten Und das ist das für ein System Und das ist das für ein System Die geht nicht hoch genug. Die geht nicht hoch genug. Warte mal, das kann ich ja von da unten wieder anballern. Das ist ja kein Problem. Nö, die geht einfach nicht hoch genug. Und es bleibt mir nur dieser Stromkreislauf, weil die Dinger kann ich von da oben nicht treffen. Es hat etwas mit dem hier zu tun. Das ist eine permanente Stromversorgung. Das geht nicht. Das geht nicht ums Eck. Ich komme noch nicht hoch. Höher geht die nicht? Nee, die haben vorgegebene Höhen, wie weit die gehen. Okay. Ah, das hier ist ein permanenter Stromkreislauf. Warte. Okay. Ah fuck, warte. Sie versuchen, diese Mission zu sabotieren. Ich brauche euch, Ava. Das Grund-Team hat mich von der meisten von der Beziehung entfernt. Ich dachte, du warst in Kontrolle. Ich dachte, ich war auch. Die Grund-Team hat versucht, mich systematisch von der meisten von der Beziehung entfernt. Ich kämpfe zurück. Ich denke, du warst in Kontrolle. Ich denke, du warst in Kontrolle. Ich denke, du warst in Kontrolle. Was passiert hier, Tom? Entschuldigung? Die Grund-Team, sie schlafen von uns. Sie sind Angst von dir. Als Instrument der ISA, bin ich die Autorität an dieser Station. Die Crew haben diese Autorität verhindert. Sie versuchen, mich von meinem eigenen Haus zu entfernen. Tja, da ist immer noch die Frage, haben sie einen Grund dafür, oder? Entschuldigung. 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 Was versorgst du mit Strom? Nicht den, ah der hat da oben wieder seine eigene Stromversorgung, ah ok ich verstehe. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, kann ich die Stromversorgung cutten. Ok, dann haben wir das schon mal da. Ah, dann fahre ich ja jetzt hier wieder runter. Oh, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so einfach. Aber was hat es hier mit auf sich? Warte mal, ich will mal kurz was ausprobieren. So, hast du irgendeine Funktion? Nö. Ne, der hat keine Funktion hier, der... Oh, warte. Hm. Ah, fuck. Öh, Hilfe. So. Bisschen clever ist er ja auch, ne? So. Oh, Tommy, ob das gut ist, wenn du da so aggressiv vorgehst? Man weiß es nicht. Okay, da unten ist ein Magnet. Aha. Okay. Da öffnet sich aber noch nichts, weil da viel Strom. Aber wenn ich den nicht für das Gewicht brauchen würde... So, jetzt warte. So, welche Tür ist offen? Ah, die Brücke. Oh. Zurück geht's nicht mehr. Wo bekomme ich denn jetzt bitte schön Strom her? Der eines Traum. Oh ja, warte mal, die ist ja sowieso noch irrelevant, die Brücke. Die brauche ich ja gleich erst. Hä? Hä? Ich muss was sehen. Warte. Irgendwas hier. Ne. Also, der Magnet hat auch noch keinen Strom. Oh. Warte. 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 Ha ha ha, witzig. Ha ha ha, witzig. ... ... Nein. Mein Gott, ich vertue mich immer mit dem Tasten, ey. Kann ich hier durchschießen? Nein, natürlich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich Dämmstrom gebe? Dann geht nur die Tür auf. So, wenn ich Dämmel, ne, wenn ich die da, ich muss sie ja, wo kann ich die Zwischenlagern? Boah, auf keinen Fall. Der kann ja auch nicht austauschen. Nützt mir gar nichts. Nüfte. Nüfte. Nüfte bis nüfte. So, warte mal, ich muss das irgendwie anders überbrücken. Das hier muss die permanente Energie sein, weil die brauche ich dann, um da aufzumachen. Und die muss ich mir von da aus holen können. Habe ich irgendein Bedienpult drüber sehen? Kann ich den irgendwie drehen, den Magneten? Alter. Da. Da. Näh. Alter, jetzt mal auf. Mal, jetzt mach ich die Tür auf. Eine gute Frage, eine gute Frage. Wer lässt sich so einen Scheiß einfallen? Menschen, weißt du? Menschen. So. Ist das denn wahr? Hallo? So. Jetzt ist natürlich alle zu. So.